Und dann, ja, sagt Wilhelm, das war, äh, äh, warum nicht? Ja, ihr müsst wissen, das ist eine Fernstation da oben unterm Dach, hier ist so eine kleine Apparatur. Das Fender, der Einzelfender. Er liegt an dem Fenster, wenn man aus der, aus der Knechtekammer da rausguckt. Nur hat Wilhelm gedacht, okay, schon vor 14 Tagen wird die Batterie nicht mehr in Ordnung sein. So marschiert mit der Batterie, Fenster auf und hat von diesem kleinen Gerät diesen Deckel so abgezogen. Die Haube abgebaut. Und dann, ja, war da drunter eine Fledermaut mit Bein und die Flügel so ausgestreckt. Und dann ist die vor Schreck runtergefallen, sagt er, und unten lag sie so. Yay, very good performance. Aber Wilhelm musste zugeben, ne, dass er auch, wie von der Tarantel gestochen, zurückgesprungen ist. Ja, das ist unglaublich. Die muss ich so eingekuschelt haben. Das ist sicher aus dem Maiherstleif. Unter dem Roof, an Hutz und Scheune sind solche Seer-Maus-Kästen-Aufgängen. Oder Tagschiff. Die sind ja nachtsaktiv. Und dieser kleine Mistink, der ist sicher aus dem Gemeinschaftsquartier, ist er nicht aufgenommen worden oder hat keinen Platz gefunden und hat sich dort eintratiert. Ja und da lag der unten, die beiden haben das ein paar Mal kontrolliert und mit einer war sich mit einer. Will er nicht vermuten? Jeder ist jetzt selbst davon gekommen oder... Ja, oh no. Oh, he suck it! I forgot it, he suck it! Ja, but he could hold on for a while until he's like, suck it! Hold in. Und wir wollten das jetzt diese Tage, wo vom Haus starten. Den Tag vor, zwei Tage vorher. Ach, I hate that. Ich hatte keine Knüppel. Ich kann nicht mehr auf den Weg zurück. Ich kann nicht mehr auf den Weg nach den Weg. Hier ist ein kleiner Bader in der putter. Jahrhundert. Sie sehen sich enorm, als viele Haare zu verändern. Sie sehen sich sehr alt wie ein Scherl und viele Haare zu sehen. Sie sehen so schön, und sie haben wirklich so fur. Ich bin so süß, noch so ausgerEtnis. Man hat einfach den política, wie eine barnige Hände. Die Haare, die kleine Haare zu sehen. Und die Haare sind ... sonderncillierte Haare sind wirklich ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017